Ein Kloster, hoch oben im Himalaya. Keiner kennt den Weg dorthin. Zwei junge britische Bergsteiger, bereit für das Abenteuer ihres Lebens. Ein kleiner Junge auf der Flucht. Ihnen auf den Fersen chinesische Soldaten. Der Einsatz ist das Schicksal Tibets. Inmitten von Bergen hütet Tibet seinen größten Schatz. Untertitelung des ZDF, 2020